Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Elden Wing. Das schneebedeckte Land liegt vor mir und nach etwas Überlegung hatte ich mich beim letzten Mal für zwei neue, nennen wir es Werkzeuge entschieden. Was die imstande sind zu leisten, ob es mir gefällt, ich mir was anderes aussuchen muss oder vielleicht sogar wieder zurück wechsle auf meine geliebten Großschwerder vom guten Radan, das wird jetzt noch auf Herz und Nieren überprüft. So toll ich es hier aber auch finde, muss ich leider meinen zarten Körper nochmal zurück zur Startlinie bewegen. Ich bin ja im Eilmarsch durch und dabei könnte man was übersehen haben, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Hier standen ja auch ein paar Kobolder, da kann man gleich mal ein bisschen testen. Waren die nicht gleich hier vorn? Mir war so. Na da steht er doch. Fangen wir mal an mit dem großen Fleischklopper hier. Da erwarte ich jetzt nicht ganz so viel, ging ja mit normalen Schmiedesteinen aufzurüsten. Aber sehen will ich es trotzdem. Da kann man jetzt noch nicht so viel drauf geben. Mehr Versuchsobjekte. Okay, da kommt sogar noch ein zweiter Schlag nach. Hast du dir gedacht? Die Geschwindigkeit ist jetzt auch nicht so schlecht. Und was sehe ich denn da gerade? Das riecht doch nach Beuter im Maul. Komm ich da rein? Komm schon, komm schon. Ja, zwäng dich durch. Ja wie, ja was? Warum liegt hier nichts? Ich bin schockiert. Gut. Da sehe ich noch ein Loch. Kopf einziehen. Och, auch alles leer. Ah, da. Ah, da. Das können doch noch nicht alle gewesen sein. Wer reitet denn da durch Nacht und Nebel? Bringt mir Seiler? Bringt mir den Knebel? Ach, Dunkelkavallerist. Warte mal. Ohohohohohoooo. Da war aber meine Lebensleiste ganz schnell unten. Jo, wisst ihr was? Einfach mal das emotionswert rausziehen. Vielleicht geht das ja besser. Was konnte ich damit? Hier die Welle. Damn. Noch eine. Oh. Kein Saft mehr in der Leitung. Ja, müssen wir ändern. Auftanken. Der hat gesessen. Wenn du noch nicht genug hast, kannst du den auch noch schlucken. Noch immer hungrig? Eine Flasche habe ich noch. Wie sieht es aus mit Klamadenschlägen? Na, willst du? Jawohl. Aber auch so, hau gerne auf. Gut, Schaden raus. Nö, 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 nö. Also, das ist aber gegen die Spielregel. Und jetzt auch noch hinter dem Baum verstecken. Das sind mir die richtigen. Da hält er die Schulter raus. Ja. Die Delle im Helm. Und sich wieder ausbeulen lassen. Da fehlt doch nicht mehr viel. Bis zum Ziel. Muss er aber auch sein Russ wieder beschwören. Oh, jetzt. Füge dich, meine Willen. Da lief jetzt auch mal was ganz schief. Rübergesprungen. Hast du es gesehen? Schafft nicht jeder. Kriegs-Ager-Phantom-Schnitt. Ganz so viele Runen waren es nicht. Ich sag mal so. Kleines Resümee. Nach der kleinen Aktion. Der Infernalöcher-Predatenstab. War wohl eher ein Schuss in den Ofen. Angriff ins Klo, könnte man sagen. Aber das Schwert hier. Wo laufe ich da denn wieder durch? Aber bei dem Schwert hier bin ich auf den Geschmack gekommen. Da kommt er weiter als ich. Oh, jetzt wird es aber grenzlich. Auch so was Flaschen betrifft. Gib mir mal kurz die her. Nee. Nicht dazwischen laufen. Wieder in die Falle locken lassen. Jetzt kommen sie aus allen Richtungen. Da, 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 da. Brauche ich mal einen Überblick? Ach so. Da war ja gar nichts mehr drin. Und er versucht es trotzdem. Schön blöd. Oh, 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 oh. Wo kommst du denn jetzt noch her? Oh, oh, oh. Zu viele ist aber auch nicht gut. Mehr Glück als Verstand. Jetzt pfeife ich aber aus dem letzten Loch. Hei, ja. Uh, noch wer davon. Hat mich ein bisschen zu viel gekostet, der Kampf gegen den Dunkelkabaderisten. Hau, der drüber. Hau, der drüber. Hat er gar nicht gemerkt. Alle weg. Alle weg. Na, was bin ich froh. Was gibt es hier noch Schönes? Nichts. Ja, hätte es gedacht. Doch noch mehr. Ja. Da war doch noch einer für die Fokus-Punkter. Wo ist denn der jetzt hin? Ort. Höre Schritte. Bedrohung erkannt. Und gebannt. Ach komm, lass mich doch da hoch. Ich sehe doch die Schmetterlinge. Die Käfer machen mich wuschig. Aber wegschlagen tue ich sie gern. So ist das ja nicht. Okay. So trostlos hier. Ach, da kommen Depressionen. Ich sehe euch. Aber ihr mich noch nicht, oder? Hüt, hüt, hüt. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nun kann man da geschmeidig dran vorbeimarschieren. Marsch- Ja, versteht. Marschieren. Wollte ich sagen. Nichts für meine Tasche. Ach, war es das denn jetzt wirklich alles? Nur der Dunkelkavillerist. Von hier aus könnte ich dann ja gleich hoch. Da oben war ich drauf. Aber hier noch nicht drin. Da gibt es doch gar nichts Schönes. Aber kannst du das gern aus nächster Nähe nochmal anschauen. Ich bring dich persönlich runter. Nett, wie ich bin. Ach, wieder jedes Loch. Na, geht doch. Siebener Dunkelschmiedestein. Okay. Das müsste es aber nun wirklich gewesen sein. Sag ich jetzt einfach so. Marsch- Da ging es nach oben. Da hat ihr schon geschaut. Also gleich an die Ruine von Samoa. Einmal das. Loschen. Aufgefüllt. Bis zum Maximum. Und nun? Zeig mal, was du kannst. Wisst ihr, was ich da noch tun muss? Wieder die Rüstung wechseln. Ungünstiges Outfit. Und das Gelände hier. Ja, genau doch vorbei. Die Reichweite ist aber heftig. Ja, hier oben im verschneiten Hügelland sieht es schon ganz anders aus. Obust gebaut, stabil die Kerlchen. Aber. Was wird getauscht? Nehmen wir... Gehe ich wieder zurück? Ich gehe wieder zurück. Achztrüstung. Da gab es nur die. Nehme ich sie. Und die Stiefel wieder. Schmelztiegel, Schmelztiegel. Dann, der Prelatenstab raus. Viel zu schwer. Dann wäre ich wieder bei 64,1 mit Lochelast. Geht klar. Ach, für echte Bäume hat es hier wohl nicht gereicht. Naja, auch egal. Aber wenn da einer schon so knackig ist. Dann möchte ich nicht in die Masse reinlaufen. Oh, da oben noch einer. Einfach einen Schritt gemacht und ausgewichen. Da reicht es nur für einen Schlag. Der Kombo ist da nicht drin. Da fehlen wohl auch noch ein paar Attribute. Bis da ein bisschen mehr Wumms dahinter kommt. Aber gut, ich bräuchte jetzt mal einen Vergleich. Bist du allein? Uiuiuiuiui. Da drüben noch zwei Stück davon. Kurzer Vergleich. Zurück zu den Kursschwerdern. Komm runter, da. Na wie? Entscheide dich. Ah, ist da jetzt so ein großer Unterschied dazwischen. Wieder zurück. Drümer-Großschwert. Einen bräuchte ich noch von euch. Ja. Der verschwindet. Oh, nö, da sitzt noch einer. Nö, 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 nö. Drei Stück auf einen. Schlag. Das erspare ich mir. Und euch. Auch wieder zwei Stück. Guckt er rüber. Ganz bedrohlich. Hat er nicht kommen sehen. Oh, war da oben noch einer, der das jetzt vielleicht mitbekommen hat. Vielleicht bin ich da gerade etwas vorsichtig. Aber. Besser als Peinlichkeiten. Da muss ich unbedingt weg. Zwei auf einmal. Gleichzeitig. Äh, äh. Nicht mit mir. Könnt ihr euch einen anderen Doofen suchen. Okay. Aber das zieht ihr hier nicht ab. Die Show. Okay. Verstanden. Hey, ja. Lieber nicht reinre... Oh, nö, 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 nö. Bitte, 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 bitte. Aus dem Hinterhalt. Klar. Versperren wir doch den Weg. Okay. Okay. Ja, hier ticken die Uhren anders. Hab ich es schon erwähnt? Okay. Das war zu weit. Da kommt er nicht nach. Oh, jedes Mal das Wegdrücken. Und wo ist jetzt Nummer 2 abgezogen gleich taucht er wieder auf ich sehe es schon Eissturm von Samor den greife ich mir ab oh ja oh ja nein nicht jetzt weg drehen liege dir zu Füßen oh oh zum Glück da dachte ich jetzt ich komme von hinten ich glaube wir haben gerade weiter an der Bagger wo auch immer ich da hinkomme bitte keine Transportfalle das wäre äußerst unschön Klangperle des Schmiedesteinschörfers ja die kann ich auch mal wieder abgeben und wie machen wir es nun aus und weg aus und weg dann ums Eck einmal drumherum zu sagen sondern Die W-w-w-w-w-w-w-w-w! T racism! Ha. Blöde Situation. Einen erwischt. Und jetzt wird aber der Boden hier auf Leisig eingefrostet. Den habe ich schon mal weiter vorne. Die anderen können hinten bleiben. So der Gedanke. Müsste ich mal vorher schauen. Bevor ich das zünde. Mann ey. Das wird hier aber zum Geduldsspiel. Da hat er gewusst, was ich vorhabe. Also irgendwie hängt ich da gerade fest. Aber nur leicht. Bitte bleib allein, bitte bleib allein, bitte bleib allein. Die schützende Mauer. Ach, muss man sich mal überlegen. Nur so ein paar lächerliche kleine Gegner und alle Flaschen schon wieder weg hier. Ach. Den gebe ich dann noch mit auf den Weg. Einmal das. Einmal das. Und dann ist es leer. Mehr gibt es nicht mehr. Da kann es nichts sein lassen. Es war der Letzte. Nichts mehr drin. Alles leer. Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Unten war ich drin. Nichts, nichts, nichts. Schmetterling. Nehme ich. Ich sag da. Nehme ich. Im unteren Abschnitt. Nichts. Nichts. Nehme ich. Nehme ich. Geh. Schlimm sowas. Schlimm. Ganz schlimm. Hier noch was. Komme ich da durch? Komme ich. Nehme ich. Na alles klar. Wunderbar. Dunkelkavalerist erledigt. Ruinen von Samoa. Besäubert. Abgesucht. Und geleert. Es sei denn. Wir haben jetzt ja noch was. Aber nein. Wo ist denn ja jetzt noch der Käfer? Lauf ich mal kurz. Nur so. Als kleinen Hinweis. Oh. Kleinen Hinweis für das nächste Mal. Oh. 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 Okay. Ja. Es ist ja gut. Durch. da wird man wieder brutalst erschreckt das geht wohin da hoch ja da bin ich ja sowieso hin unterwegs dann soll es das für heute gewesen sein Schluss aus vorbei und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen hat es gefallen dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal macht's nicht gut macht's besser